Musik Das ist ja ekelhaft. Sie waren nie hier? Nein. Wir hatten keinen Kontakt. Und warum hat er sie dann so gehasst? Hat er das? Scheinbar schon. Und? Was soll ich jetzt hier? Frau Weißenburger, jetzt verkaufen Sie mich mal nicht für dumm, ja? Wir ermitteln hier in einem Mordfall und Ihr Name steht hier rot auf weiß. Ich bitte Sie. Thomas ist mein Bruder. Nicht mehr, nicht weniger. Ich wollte nie Kontakt zu ihm haben. Vielleicht war das ja das Problem. Wissen Sie was? Das ist mir egal. Egal? Ihnen ist das scheißegal. Verdammt nochmal, Ihr Bruder ist hier elendig verreckt und Ihnen ist das scheißegal. Sie tun mir weh. Lassen Sie mich los. Das wird Folgen für Sie haben. Ich muss mich loswerden. dann hast du schon wieder ja ich habe schon wieder guter kann schämst du dich überhaupt nicht in deinem alter könntest du schon sonst was erreicht haben stattdessen haust du hier in so einem souterrain von einem tanzstudio und man sogar die kacke durch die rohre spülen hat was für eine ansage ich muss klingen willst du einen schluck ich habe es noch frisch ach komm weißt du eigentlich wie peinlich du bist leck mich ich habe es noch nie ich habe es noch nie ich habe es noch nie